1996 Rap Gipfeltreffen Mit Scope von der Scopa Kabane Tatwaffe Business Class über den Himalaya Aphrodisiac, mit Wortkonkord und Private Jet Alles klar alle Rap Repräsentanten, Präsidenten Außer allen Rap-Parlamenten Jetzt Denker, Benz, Lenker Matche, Born, Villachiller GEMA, Geldgeber Nobelpreisträger der dichten Denker Normalerweise fragen Richter sich und mich Wer zum Henker? Besse, bossiger und bassiger, bodyguards massiger und assiger, frauenrassiger. Wer ist schon Toni Montana gegen den 7-5er-Klassiker? Keine Jugendheime und Bunker mehr, ich füll' Stadien. Erst verkauf ich mal locker und dann vermiet ich Spanien. Und tu's mit Weibern in Designer-Dessous, Model-Macker-Macho-Papadopolis. Selbst Linda Evangelista nennt mich Mr. Metropolis. Du arbeitest für uns, auch wenn dein Vater Chef der Soko ist. Stoned wie Oliver, doch Oliver mit Tarantino. Wir gehen big screen im Team und der Rest bin Bambino. Das Leben, das wir führen, spüren andere nur im Kino. Rap-Stars sind blank, denn sie spielten im falschen Kettin. Hätte Respekt, Karat und Würdebar ausgezahlt. Wären viele dieser Dinge wirklich wahr und nicht gepraut. Hätte Respekt, Karat und Würdebar ausgezahlt. Wären viele dieser Dinge wirklich wahr und nicht gepraut. Hätte Respekt, Karat und Würdebar ausgezahlt. Wären viele dieser Dinge wirklich wahr und nicht gepraut. Auch nach 5000 oder 100.000 Exemplar. Wir bleiben auf dem Boden wie in vergangenen Jahren. In zwei Jahren sind wir drei da, wo andere gerne wären. Der Griff nach den Sternen, in weiten Hemisphären. Bekannt, beliebt, regier mein eigenes Label. Verkaufe Platten über See, rocke den Central, pack die Faber. Fieber kontrollierend und Politiker schmieren. Autogramme signieren die Pott. Konkurrenz flabierend, unsere Namen zieren Slips und BH. Feier mit Claudia, Cindy und CJ zusammen im Neujahr. Dir bleibt die Luft weg, wenn ich all meine Kontakte aufliste. Zieh'n die Fäden wie die Augsburger Puppenkiste. Dreht Videos mit Julia Wale, dem Bikini. Die fahren in Lamborghinis, werden verfolgt von tausend Teenies. Die sich unverschwitzte Handtücher raufen. Unsere Platten zählen, da kaufen ihre Kinder. Tat war für tausend. Ich bin im Radio, 24 Stunden. Mehr Geld auf der Kante als die Bundesbankrunden. Besitzen Häuser in Rom, New York und Tokio. Willkommen eigene Talkshows. Shows in Filme mit Dindy Road, mit Schio. Nach Kompassen zu winzigen Gagen, unterhalten Kontakt zu Triaden. Auf das Gegner in Blut waden, verschenken Jachten an Freunde. Mach ihnen mit Freuden, häusern eine Freude. Errichte hundertstöckige Gebäude. Expandier, investier. Du sagst, wir fantasieren. Doch wenn sich harte Arbeit auszahlt, werden wir triumphieren. Hätte Respekt karat und würde bar ausgezahlt, wären viele dieser Dinge wirklich wahr und nicht geprahlt. Ob nach 5000 oder 100.000 Exemplaren. Wir bleiben auf dem Boden, wie in vergangenen Jahren. Wir werden sehen, in zwei Jahren fahren wir Megawatt-Boot-Cars. Mit Whirlpools, Minibars und Hubschrauber-Landeplatz. Günter Strack-Star, man gönnt sich ja sonst nix. Den Schlips im Champagner und die Chicks auf dem Rücksitz. Wenn ich Stifte spitz, schick ich MCs auf Horror-Clift. Chillin sagt Mobis, wehrs King im Showbiz. Mit drei Tage Bar, 14 Karat, Fresse-Action. Ich geh flau und flippen und du kriegst Solo-Jackson. Gegen Mütz ist You-Hap, na schwul mein Böster. Ich kniffe mir oben ohne Fotos als ne Randgeschwester. Verfläster, zaster, beim Hütchenspiel-Hassler. Scopes, Geldtransporter sind ein 40-Tonnen-Lachter. Ich zahl nicht mit meinem guten Arm, ich zahl gar nicht. Das Leben ist für mich gratis, von Sylt bis nach Garmisch. Poker sind neidisch, zwingen mich zum Investieren. Ich schick sie one-way zum Gula, schwenk nach Sibir. Ich hab mehr vor, was deine Freundin im Schrift. Bin im Alphabet, schlitt so wie ein Hacker im Internet. Freestarts mit mir sind ein Scope-Monolog. Dein Stil ist en Vogue, so wie der Otto-Katalog. Selbst wenn in zwei Jahren noch alles wie heute ist. Nämlich statt Boom-Car im Polo, mit zwei Watt Monomisch. Statt Ladies im Heck, auf dem Konto nur Luft. Es dauert höchstens noch fünf Jahre bis zum Durchbruch. Hey. Hätte Respekt karat und würde bar ausgezahlt. Wären viele dieser Dinge wirklich wahr und nicht geprallt. Hätte Respekt karat und würde bar ausgezahlt. Wären viele dieser Dinge wirklich wahr und nicht geprallt. Hätte Respekt karat und würde bar ausgezahlt. Wären viele dieser Dinge wirklich wahr und nicht geprallt. Nach 5000 oder 100.000 Exemplaren. Wir bleiben auf dem Boden wie in vergangenen Jahren. Welchen Glück. Das Wasser ist nicht tief. Das Wasser ist nicht tief.